ja hallo und herzlich willkommen guten morgen guten morgen guten morgen 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 sonnenschein ich geh grillen du gehst ein nein nein ach ist das herr hier schenk dir dringend horchfleisch immer noch verdammt ich hab sechs stück in der tasche sehr gut jetzt muss ich wegen den einen verdammten hasenkeul hier schon stunden stehen normale mürn zieht oder wird das sind erst mal mürn zum essen ja dann zeig mal gib mir mal auch meine die mürnchen mama eine 21 und da kann man wieder mürnzahn draus machen ich habe ja keine mehr kann ich gucken machen die beworben von zehn preis stamina und zehn helft mal hin mann ach so dann muss ich wieder die hohe nehmen bestimmt zum neuerst pflanzen da muss ich mal hin und gleich mal gucken er ist da ist so wenn die karo to get more seats ach so du kannst alles denn jetzt wieder zusammen machen ja so was die als die pflanze stil zu behaupten hat sagen gesagt wie ist der buchler one hand will die 16 als deine rüstung upgrade mit den knochen die in der rechten kiste sind dann stirbst du wenigstens wie kann man denn noch mal die tiere zähmen die musste mit mürchen füttern oder wie war das bestimmte alte bau zum beispiel glaube ich oder bestimmte 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 das sagt mir jetzt alle bestimmte sachen mit bestimmten futtern bestimmte füchern mit bestimmten füchern saunen essen flogen werden ja oder hast du ja noch nichts per se davon wenn du die züchtest wenn du die hast gezähmt hast dann musst du ja noch vermehrt jen macht so eine saur reinig mit den schweinen können die selber reinig mit den schweinen nein nein die schweine sollen das selber machen sich vermehren ich muss die nicht vermehren so geht nicht was jetzt ich schaue gerade und staune können wir nicht auch schon mal ein schönes schiff bauen dann raten sie mal was sie tun sollten wenn sie das brauchen dass man diese zwei schweine wenn sie fucking hirschfleisch brauchen dann gehts ja schlagen ja das gehe ich jetzt auch könnte die logik liegt nahe nicht wahr im auge des betrachters nicht dass ich noch vor schwänze essen muss ja es ist die ganze zeit ja ich lege dir die auch unter die truhe wenn die gebraten sind ja natürlich ja das ist ja natürlich und ich stresse da ich dachte die fallen vom himmel ich habe gerade schon wieder drei eingesammelt super ja ich bin ein schiff ja ich bin ein schiff bauen ich bin mitgebum was ist das hier ein kartografie table willst du denn mit den schiffen wir müssen doch nirgendswohin so hin wood dragon adore was ist das denn hier ach so ah wo feines holz und gut das leider im weg ist egal pf rötze oder rötze da steht schon wieder eine sau also schwein und so haben wir ja viele hier aber ja im moment keine mehr ne und die alle weg geschnachtet die sind mehr auf der wiese den will ich schon mal hervor ja ich komm mit röp boah na gut bang ich höre schon mich röp 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 ich höre schon jemand der die Tiere tötet das ist zu viel unterholt hier sieht man die allen herrschen gar nicht pilze pilze da ist ein herrschen anpeilen und Feuer unterm hals durchgeschossen nochmal drüber geschossen runtergeschossen der zapptchen das war eine quälerei eine die eine die jetzt noch die emily die erbär nicht persönlich im sinne hier so ein scheiß reden das haben sperrenbein ein fucking weit das verdammte hirsch guck dir das an bis zum horizont und weiter kommt zurück bleib stehen gehen hocke hast du den meisterschützen gesehen das ist immer dein teil wünscht jetzt könnte ich jetzt die zeitlupe einblenden haben wir denn bei dem dürfen schon ja gar nichts und so eine ruine da geh ich gar nicht erst hinten diesmal so mit der necke neck das liebeschreck oder ach nee das ist kopf jetzt eine hülshütte was war das mein stuhl da liegt den letzten züge das hört sich an wollte gerade sagen das hört sich aber an wie ein schemel hör mal so ein melkschemel melkschemel was man so hat ne hier waren wir schon mal jetzt eine gegend wo ich noch nicht war hier sind zwei hier sind zwei deckung habe ich noch nicht gesehen anlegen das opfer ist verstorben problem ist der andere ist aufgeschreckt ich habe es auch beide auf kilometer distanz naja wir sind auf dem erdbeeren bei mir auch ich meine marken irgendwie mit schmeiß lieber einen busch weg oder was nehmen die auch mit aber rasp mit berries mache ich rasp oder rasp ich nehme die auch mit mit schüttel mit ich habe ich habe ja ate die 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 Pfeile habe ich noch, 58. Reichen. Das da hinten ist Schwein. Ich höre überall die Louischis, aber überall. Ja, ich auch. Bisschen nervig. Oh, nervig. Ja, weil wir die im Verhältnis schießt weiter oder eigentlich? Oder die sind da, man sieht sie noch nicht schon krass. Ja, wird geraschelt. Wunderbar, schön, schön. Upsa. Ich habe nur 6 Hörschfleisch gefunden, muss ich jetzt. Ja, ich auch ungefähr. Ich muss halt mir lauschen. Ja, ich habe wieder nichts gehört. Und steht der halbe Zettel in der Gegend rum. Da unten. Da ist sie. So. Ne. Ein blöde Wicht. Was ist der blöde Wicht? Ja. Oh, nee. Nee, jetzt habe ich den nicht gesehen. Da stand genau Romeo. Dammit. Jetzt bin ich aber auch Kilometer. Eis. Er stand so schnell im Schatten von einem Stein. Ich habe echt gesehen, er hat nur losgerandet. Da ist er. Junge. Komm bald wieder. Hey, warum hast du nichts gelernt, würde ich sagen. So. Schau den. Ich bin gleich am Swarm Point. Sieht da an. Da ist er. Da rennt immer noch hin. Geisteskonfer. Könnte ich nur mal einkriegen, weil... Ich bin getormt, da sieht mich doch nicht mehr. Jetzt hat er es schon eingekriegt. Musste bloß noch stehen bleiben. Jawoll. Ich höre ich nichts. Ich höre ich natürlich überall. Hab ihn. Sein letzten Huster getan. Der Pursche. Hallo Tür. Nachforschfleisch. Rutschke. Bitte. Tierschänder. Viel zu wenig. Das ist korrekt. Das ist ein Wurziger. Ich kann gar nicht mehr. Das ist ein Wurzigerer. Ich muss noch ein paar runden. Ich kann viel noch mal verlieren, gar nicht. Hör ich mich. Ich kann von, von mir hin. ich nicht durch ein blöd da steht ein wird ein prachtexemplar platz so eine seite der platz gleich ich habe seine färte verloren da ist er durchs gebüsch ich habe jetzt kleine serie in dem moment wo ich abziehen ist der meisterjäger in zehn fleisch jetzt ist der rest war weg auch noch das gesteht ein zaun mit einem walden einzelner hier steht ein hütchen ein winziges hütchen da kann man nicht mal nehmen das ist ein hüterstall ist das im prinzip hier ist er da hast du nicht gesehen hier ist meine kleine schon am lauschen jetzt habe ich schon den nächsten gesehen da hinten rennt er da rennt immer noch das ist ja wahnsinn na gut dann machen wir hier langweilung den ich höre nicht da ist glaube ich einer ist ein verdammter baumstamm der hier schießen wollte es wird dünkelt ja hier ist nicht so schlimm ich war dieses feiler noch das entscheidende reichen noch und das war so weit ich habe ihn zuerst gehört ich bin so weit weg und ich höre deine ich höre wieder ich höre wieder ich höre wieder der fluchtharsch wo ist er anschleichen anschleichen nichts anmerken lassen muss sich in dutschke zuvor kommen da muss noch übel zweit weg sein also ganz leise nur ja deswegen bin ich auch so leise weil ich die ganze zeit orten will den nicht ich habe da so ein grauidiot gesehen ja komm her kriegst du aufs maul eben hat er noch eine gebrüllt aber jetzt ist nix mehr jetzt ist Ruhe jetzt war er gerade wieder ne bei mir nicht ach schlupp ist immer mir auch jetzt kommen die blödköpfe einweilen ach auch die schweine egal die schweine jage ich auch hier ist totale totenstelle erst überhaupt gar nichts mehr zu hören jetzt die pflanzen jetzt gleich erstmal erst mal zwölfer habe ich moment ich bin gar mit dem skelett am kämpfen hab ihn äh ja ich hab 24 25 das ist doch schon mal ne alles nur ja ich bin ja woher hat mich gesehen ich bin ja woher hat mich gesehen hey bei mir sind keine mehr also ich hab sie und ich bin ja gerade bei so einer höhle aber an für sich könnte ich auch da reingehen wenn ich schon mal hier bin oder mitkommen ziemlich weit weg von dir ich gehe da mal rein risiko da mal rein das wird prima natürlich sehen ob das prima wird wie von man so unheimliche geräusche vollmund Aha, schurke, diesmal hast du mich und komm, abstehen, beweg dich nicht, toll, one hit. Oh, ich hab's wegschmeißen, den Scheiß, oh, ich hab's am nächsten schon, ah, der ist unheimlich, das ist warm. So, was jetzt, hm, hm, das ist ganz nah, aber ich hör noch nicht. Was? Was kann ich noch wegwerfen? Ne, das will ich nicht, will ich? Ne, kann ich behalten. Da ist so ein blödes Schwein in die Querde gekommen. So, meine Priester. Da ist er. Und jetzt? Hm. Ich muss ein Opfer da bringen. Ich weiß nicht welches. Wozu braucht man Birdseed? Gurkelfutter. Ja. Ich weiß nicht, fünf Jahre. Ich weiß nicht, fünf Jahre. Dann müsste es jetzt Hühner geben oder vielleicht für die Hühner zum Füttern oder so. Mal mit. Okay. Ich weiß es nicht. Hier ist nix, hier ist nix. Aha, 16, Herr Halmschka. Ich hoffe, du nimmst die Hirschköppe alle mit. Niemals. Wegen Upgraden von dem MC Hammer. Beziehungsweise du hast ja noch nicht immer ihn. Hilfe. Hab ich verirrt? Du bist aber düster hier. Unheimliche Geräusche, Duttke. Das ist deine Richtung, ich hab sie mal gepinkt. Was, die Viecher? Ne, die Richtung nach Hause. Ich bin in der Höhle, hab ich doch gesagt. Immer noch. Echt Stunde. Ja, immer noch. Hier ist aber nicht derjenige, der immer lacht, sondern einer, der immer knurrt. Tja, Junge. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Oh. Nö. Äh, bitte. So. Bin ich weggehauen, die Kollegen. Ach, hier ist ein Spawner. Deswegen. Hilfe, ich wurde beschweint. Ich bin tot. Gott. Fuck. Hilfe, ich bin gestorben. Am Arsch der Welt. Ach, du Scheiße. Ja, wieso das denn? Weil es leider immer mehr wurden. Ich hab schon zwei Spawner kaputt gehauen. Da war aber noch ein dritter. Das ist aber nicht gut. Ich bin... Far, far away. Far, far away. Da gehen wir erstmal nach Hause, was? Ich bin zu Hause. Ein paar Pfeifen und so. Ich freue mich nach Hause zu gehen. Ja, da muss ich nicht. Ne, ich muss ja los. Ach ne, gut, dafür brauch ich nicht zurück. Ne. Dafür brauch ich nicht. Ping mal, wo wir hin müssen. Ja, wo mein Grabstein ist. Tag 34. Stehe ich nicht. Ich stehe nur meine. Wie kann ich da hinpingen? Mit der mittleren Maustaste. Da hinten. Ja, ich hab nen Punkt gemacht. Alles Strau. Heiliger Strohsack. Kommen wir da hin? Äh, ja. Ich will auch gern kommen, aber... Ist das im Finsterwald oder ist das noch auf der Wiese? Auf der Wiese. Auf der grünen Wiese. Und da ist? Da ist ein Grabmal. Wo ist das? Sonst bauen wir uns zwischen Niner schnell mal. Da hin, Eilig. Okay, ich laufe los. Ein Dach. Ein Dach mit einem Lagerfeuer. Können wir uns bauen. Hier kommen schon nette Böslinge. Gut und Schweinchen. Nein. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Ich laufe. Hey, haut ab. Ich bin wehrlos. Ich bin ein armer nackter Mann. Da läuft unser Leben. Rotschwein. Oh. Tag 34 beginnt. Was schön für den Tag. Bleوق. Bleue, bleue, bleue. Bleue, bleue, bleue. Beine ist echt sauer. Läufe nun die halbe Welt hinterher. Wollte ich doch nur passieren. Vielleicht hast das schlechte Wort, ob ich es ihm gesagt habe. Wie Schwein oder so. wir sind schon wieder bei 30 minuten aber ich würde gerne noch ankommen das ist ja ja nicht mehr weit doch da dauert noch ein flütchen bis ich bis dahin gerannt bin jetzt in die halbe welt passiert das ding auf der wiese hier ich kann nicht gucken ich bin am schwimmen dort ist es ist gerade am vierhirschen vorbeigelaufen hier steht so eine große ruine mitten auf der wiese da bin ich doch ja ich sehe es doch das ist etwas vor deinem vor deiner höhle ich weiß es ist übrigens schwarzwald das ist eine wiese das sind nämlich dahinter 335 nadelbäume ach so na dann ist es schwarzwald nein nein ich bin zum 3500 zwanzigsten mal gestorben hinten laufen lauter böslinge weil die ist das ist nämlich schon fünster ich bin jetzt da los schreite er voran da ist ein bösling bist du denn ach ja mitten auf dem feld mit ohne hose da geradeaus mit der einmal rein und links abbiegen du würdest den bogen aus der hand legen da ist mein grabstein also doch geradeaus hast du hirschköpfe ja immer da hier sind hirschköpfe wunderbar schweineköpfe aber jetzt kann ich schon ein bisschen mit anziehen zwischen ein zwei platz hast du schon gemacht sozusagen nein hier geradeaus da ist doch da ist doch nix hier ist es vorne der muss weg der letzte schlag hat gefehlt ich kotze ist alles dort ich kann einmal haben wenn ich mitnehmen ob da kann die kurs mitnehmen so unten drunter liegt noch ein land ich bin dann kann ich mitnehmen ob es mich nicht und drunter liegt nicht die federn sind in der kiste hast du schon das war ja ein abenteuer um hier 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 in der kiste kommen sie zu mir hier liegt noch zeug wenn du mitnehmen kannst ja das war ein abenteuer so für eine tolle hier bin ich ja auch noch nicht lang hier links angefangen ja nein ich habe recht angefangen diesmal der links war schon offen alles durcheinander bringen die sendung für die katz ich höre aber noch ein skelett das warst du sie zuhause ne das warst du sie zuhause ne jetzt wird ein ausgang finden das ist immer so enervierend ach nee aber der kappt hier dringend bist du durch ja da bin ich wieder gestorben für den letzten fliegen furcht verdammt und wir sind bei 37 minuten angekommen ja ja da würde ich sagen da war ja wieder ein erfolgreiches versterben aber eine gute jahr also ich habe 24 dabei ich habe 18 habe ich noch 10 wildschweine habe ich noch 87 schwänze 23 skelettelknochen und 16 erdbeeren habe ich 7 erdbeeren das war doch ein erfolgreicher jagdtag na gut also halbwegs gut die allein in den höhlen gehen natürlich ich wurde eines besseren belehrt ja am anfang konnte habe ich alles weggeblockt aber dann hatte ich nachher irgendwie keine stamina mehr das war dann nicht so gut ja liebe leutchen dann würde ich sagen ich hoffe es hat euch gefallen versterbeaktion aber die großwildjahr auf jeden fall so in diesem sinne sage ich bis zum nächsten mal daumen hoch habe die erde bis denn tschüss